Ja, ich möchte mal euch noch ein paar Sachen hier aufdecken. Wir sind ja alle immer wieder an einem Punkt, wo wir sagen, so wollen wir es nicht mehr, wir wollen es anders haben. Und dann fassen wir den Mut, dann fassen wir eine Entscheidung und sagen, gut, ich lasse mir helfen. Ich kaufe ein Coaching. Ein Coaching ist dafür da, dass du verstehst, wo deine Probleme liegen. Hey, guten Morgen, Andrea. In einem Coaching kann dir klargemacht werden, um was es geht, was dein Thema ist, was dich aufhält. Das kannst du verstehen. Und das ist der allererste Schritt, einfach mal zu verstehen, um was es geht, um was es geht in diesem Leben, um was es geht, warum bin ich hier, warum leide ich, warum fehlen mir Dinge, warum brauche ich etwas, was ich nicht habe, warum habe ich das, was ich brauche nicht. Das kann dir ein Coaching liefern. Und deswegen sind auch viele mit einem Coaching oder mit mehreren Coachings immer noch nicht da, wo sie eigentlich sein wollen. Weil dieses Coaching einfach nur mal Klarheit verschafft. Und ein Mentoring, das wäre der nächste Schritt, dass du, wenn du diese Klarheit hast, dir diese Begleitung suchst und erlaubst, diese Dinge, die du verstanden hast, die du im Coaching gelernt hast, umzusetzen. Und da hört es bei den meisten dann halt leider auf. Und diese Konsistenz, die es braucht, um ein Momentum zu erzeugen, dass sich die Dinge tatsächlich auch im Außen lösen und verändern und transformieren, das wird von den meisten nicht erzeugt. Die wenigsten schaffen es, ein Momentum, eine Bewegung in ihre Energie reinzubringen, so, dass sie dahin führt, wo ich leben will. Das kannst du dir vorstellen wie ein Lebensraum. Jetzt lebst du auch in einem Lebensraum. Du hast dir ein Leben, einen Lebensraum erschafft. Du hast dir ein Umfeld erschafft. Du hast dir einen Beruf erschafft. Du hast dir Beziehungen erschafft. Du hast dir Freunde erschafft. Das ist ein Lebensraum. Und wenn du das Gefühl hast, in diesem Lebensraum sind manche Dinge noch nicht so, wie du sie eigentlich haben möchtest, wenn du merkst, da ist ein Gap, da ist etwas, was noch fehlt. Dann liegt es nicht daran, dass du etwas falsch gemacht hast, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht bereit bist, für dich zu investieren, aber du hast für dich noch keinen Dreh gefunden, diesen Momentum stabil und konstant aufzubauen, dass sich die Dinge im Außen so einfinden können, wie du sie dir eigentlich wünschen würdest. Es herrscht ein anderer Momentum, eine andere, vorherrschende, dominante Energie in deinem Lebensraum. Das ist alles. Und das heißt nichts. Das bedeutet auch nichts. Das bedeutet nicht, dass irgendein Fehler da war, dass du fehlerhaft bist, sondern es bedeutet einzig und allein, dass du dominant noch in einem Lebensraum bist. Der noch nicht dem entspricht, was du gerne erleben möchtest. Hallo Angelika, guten Morgen. Und das lässt sich einzig und allein nur ändern mit einer dominanten Energie des neuen Lebensraums, den du haben möchtest. Und diese Energie erzeugst du durch die Frau, die du bist, durch die Frau, die du darstellst, durch die Frau, die du verkörperst, durch die Haltung, die du hast. Und diese Haltung, das ist eigentlich das. Wie stehst du dazu? Das ist doch eine Haltung, oder? Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu dir? Wie stehst du zu deinen Träumen? Wie stehst du zum Leben? Wie stehst du zu den anderen Menschen in deinem Leben? Wie stehst du zu all deinen Lebensbereichen? Was hast du für eine Haltung dazu? Was hast du für eine Einstellung dazu? Und das Wichtigste ist einfach, was habe ich für eine Einstellung zu mir? Was habe ich für eine Haltung zu mir? Weil das ist die dominante Energie, die du hast. Und das Video ist eigentlich jetzt entstanden, weil ich gestern mit einer Bekannten ein paar Sachen aufgedeckt habe. Und weil das sind diese Sachen, die ich in mir und in den meisten anderen Menschen, Frauen, mit denen ich arbeite, feststelle. Es gab mal in deinem Leben einen Moment, da hast du eine Entscheidung getroffen. Und du bist dir nicht bewusst, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Diese Bekannte, mit der ich gesprochen habe. Wir haben herausgefunden, es gab einen Moment in ihrem Leben, da hat sie die Entscheidung getroffen, dass ihr Mann nach vier Jahren, nach vier Jahren schöner, harmonischer Beziehung, dass ihr Mann doch nicht so lieb ist, sie doch nicht so liebt, doch nicht so hinter ihr steht, doch nicht das verkörpert, was sie in ihm gesehen hat. Und dieser Moment war banal. Und es war so ein banaler Moment. Sie hat erzählt, sie war im Flughafen, sie war allerbester Dinge, hat sich auf die Reise gefreut und plötzlich pflaumt sie ihr Mann grundlos aus dem Nichts an. Pflaumt sie an, beleidigt sie, kritisiert sie ohne Grund. Und dieses ohne Grund, das kenne ich von mir auch und das kennt ihr auch, dass plötzlich aus heiterem Himmel etwas auf einen hineinprasselt, was einen krass verletzt, schockiert und daran erinnert, was man überhaupt nicht will. Wie man überhaupt nicht behandelt werden will, wie man überhaupt, was man überhaupt nicht in seinem Leben haben will. Und dann macht es, Bäm, nein, mit mir so nicht. Und das scheint auf den ersten Moment legitim und richtig. Aber was es energetisch bedeutet, ist krass. Bei ihr war das, ich kann es kurz ausrechnen, vor 16 Jahren. Vor 16 Jahren, und ich erzähle es jetzt über sie und ich sage gleich mal hier jetzt in diesem Moment, ich habe das auch gemacht und nicht nur einmal. Vor 16 Jahren hat sie die Entscheidung getroffen, dass ihr Mann ihr in den Rücken fällt, dass ihr Mann sie nicht unterstützt, dass ihr Mann gemein ist, dass er fies ist, dass er ungerecht ist und dass er ein schlechter Mensch ist. Und vielleicht, wenn du das Video jetzt anhörst, live gehst, gehst du dann nach diesem Video mal in mich und guckst, oh, habe ich das auch mal gemacht. 16 Jahre bis zu dem gestrigen Tag hat sie diese Überzeugung über ihren Mann weitergesponnen. Sie hat in diesem einen Moment einen Stempel verteilt auf ihn und hat gesagt, das ist die Version, die ich ab jetzt von dir nur noch sehe. Und diese Version, die du mir gerade in diesem Moment gezeigt hast von dir, die lehne ich krass ab und die will ich nicht und deswegen lehne ich dich komplett ab. Vor 16 Jahren hat sie angefangen, ihren Mann abzulehnen. Bam! Am ausgestreckten Arm hat sie diesen Mann 16 Jahre energetisch ausgehungert, das heißt, keine Liebe, keine Anerkennung, keine Wertschätzung mehr von ihm angenommen, weil sie ihm diesen Stempel gegeben hat. Warum hat sie das getan? Sicher nicht absichtlich. Das macht niemand absichtlich. Aber warum machen wir solche Dinge? Und zwar, weil diese inneren Verletzungen, diese Erlebnisse, die wir so oft schon hatten vorher, dass irgendjemand uns dazu benutzt hat, um seinen Unmut, um seine Angst, um seine Ablehnung, um sein, ich bin nicht gut genug, seine Selbstzweifel outzupushen. Und in diesen Momenten, wo ich meistens klein war, als Kind war, die Welt nicht verstanden habe, weil ich pure, positive Energie noch war und plötzlich überhäuft werde mit so viel Kritik, mit so viel Hass, mit so viel, was mir gar nicht entspricht, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt. und es wird in mich hinein gefiltert. Und das ist uns allen als Kind nicht nur einmal passiert, das ist uns mehrere Mal passiert. Und das ist so traurig, aber es ist auch so klar und es ist so normal und das müssen wir einfach verstehen. Und das haben wir mit unseren Kindern und mit unseren Liebsten übrigens auch gemacht. Momente, wo wir es nicht im Griff haben, Momente, wo wir kein Selbstmanagement hatten, Momente, wo wir unsere Emotionen nicht im Griff hatten, Momente, wo es uns alles zu viel wurde, da war jemand da, den wir eigentlich so, so sehr geliebt haben und der kam in dieses Kreuzfeuer meiner beschissenen Energie. Und irgendwann mal beschließe ich, dass das nichts mehr ist, was ich will, was ich dulde, was ich annehme. Und das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Nur bin ich mir meistens eben nicht bewusst, dass wenn ich diese Situation, diesen Stempel, diese Ansicht über diese Person, mit der ich eigentlich verheiratet sein will, die ich eigentlich liebe, mit der ich eigentlich ein schönes Leben aufbauen will, dass diese Person aus meinem Leben rausgedrückt worden ist. Als Ganzes. Es ist nicht nur die Energie rausgedrückt worden. Es ist nicht nur rausgedrückt worden, abgeschottet worden, abgelehnt worden, dass ich wertvoll bin. Ich bin wertvoll. Das ist nicht rausgepusht worden, sondern du bist böse. Ich habe das Beste verdient. Es ist nicht ausgepusht worden, sondern mit dieser Entscheidung, mit dieser Ablehnung ist ausgepusht worden. Mit so einem Menschen wie mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Egal wie lange wir glücklich waren, egal wie lange wir verheiratet waren, mit diesem Verhalten, in diesem Moment, hast du bei mir alles verloren. Und das machen wir, weil wir uns nicht bewusst sind, um was es wirklich geht. Weil wir uns nicht bewusst sind, dass es nur darum geht, wie ich das sehe, wie ich diese Situation sehe, wie ich diesen anderen Menschen sehe, wenn ich mein Selbstkonzept on point habe, in so einer Situation, wenn ich on point bin und sage, ich bin wertvoll, ich werde unterstützt, für mich ist nur das Beste, mir gebührt nur das Beste, gehe ich anders um, mit so einer Situation, mit so einem Ausbruch, wo ich gerade im Kreuzfeuer sitze. Da bleibe ich mein Cool, da bleibe ich bei mir selber, da weiß ich, um was es geht, da weiß ich, wie ich es verändern kann, da weiß ich, dass ich diesem Menschen nicht diesen Stempel geben muss und das ist das, was eben auch mit Großherzigkeit gemeint ist, mit Verzeihen gemeint ist. Ich muss diesem Menschen nicht verzeihen, dass er schlecht zu mir war, sondern ich muss gar nicht dahin kommen, sondern ich muss einfach sagen, hier habe ich etwas gesehen, erlebt und wahrgenommen, was nicht mir entspricht, was nicht meinem Divine Design entspricht, was nicht der Frau entspricht, die ich selbst in mir sehe. Deswegen muss ich es nicht wahrnehmen, deswegen muss ich die Wahrheit über mich nicht annehmen, deswegen muss ich nicht über mich annehmen, dass ich so schlecht bin, dass ich so fehlerhaft bin, dass ich jetzt diese Scheißenergie, diese Kritik, diese Ablehnung abbekommen habe. Deswegen muss ich nicht wahrnehmen, dass dieser andere Mensch eigentlich schlecht ist. ich kann meine ganze Wahrnehmung für mich ändern. Und zwar, ich bin gut genug, ich habe das Beste verdient, das Beste gehört mir und dieser Mann will das Beste für mich, der will mich unterstützen und in diesem Moment hat er es verloren. Er hat sich selber verloren, er hat verloren, sich selbst zu lieben, er hat seine Sorglosigkeit verloren, Emotionen haben von ihm Besitz ergriffen und ich war die da, ich war gerade da und konnte das beobachten, ich konnte das wahrnehmen. Und genau das habe ich ihr erzählt und genau das habe ich ihr erklärt und genauso habe ich es gemacht, ich habe sie in diese Frau reingebracht, die geliebt ist und die diesen Mann mit ihren liebenden Augen sehen kann, mit diesem Verständnis der Energie, dem Verständnis des Lebens, und wir haben gestern diesen Stempel von diesem Mann genommen, den sie 16 Jahre auf ihn drauf geschmissen hat, der sie 16 Jahre hat leiden lassen, der sie 16 Jahre der Kinder wegen hat in einer Beziehung mit einem lieblosen Mann verharren lassen, obwohl dieser Mann nie lieblos war, obwohl dieser Mann 16 Jahre bei ihr geblieben ist, obwohl dieser Mann alles getan hat für die Familie und sie es nicht annehmen konnte, sie es nicht sehen konnte, weil sie damals vor 16 Jahren diesen Mann abgestempelt hat, bloß weil er sich selbst verloren hat, weil ihm alles zu viel war, weil er Angst hatte, weil er Sorgen hatte, über die er nicht gesprochen hat und wo er einfach raus gelassen hat und sie stand da, 16 Jahre und gestern konnte sie das verändern und das ist eines der schönsten Sachen, die wir tun können für andere, für uns selber, diese Stempel wegnehmen, diese Stempel, die wir auf Menschen schon so so lange haben und diese Stempel, die nichts bedeuten, außer das, was wir ihnen an Bedeutung geben und diese Bedeutung geben wir, weil wir in unserer Kindheit diese ganzen Traumata gehabt haben, wo wir diese Rückschlüsse gemacht haben und dann irgendwann mal uns verschlossen haben und zugemacht haben und die Frau konnte 16 Jahre lang nichts mehr annehmen von ihrem Mann, keine Liebe mehr, sie konnte nicht mehr sehen, was er alles tut, sie konnte nicht mehr sehen, was was er eigentlich wirklich ist, wer die vier Jahre davor war und so sind 20 Jahre Ehe ins Land gegangen und gestern durfte dieser Mann befreit werden von diesem Stempel und ich habe ihr auch erklärt, dass es völlig egal ist, ob sie jemals wieder mit ihm in eine Beziehung will, weil sie damit natürlich gespielt hat oder immer schon überlegt hat, sie hätte sich scheiden lassen sollen, sie hätte ihn verlassen sollen und so weiter aus Ängsten und Angst vor alleine sein und so weiter hat sie das nicht getan aber sie war unglücklich weil sie mit einem Mann verheiratet war der sie nicht geliebt hat der sie nicht unterstützt war der nicht für sie da war der nicht das Beste in ihr gesehen hat obwohl er das getan hat immer obwohl er im emotionalen Exil obwohl er keine Liebe bekommen hat war er so stark trotzdem da zu bleiben und zu lieben aber sie konnte es nicht annehmen und ich habe das auch gemacht und nicht nur einmal und nicht nur mit einem Mann weil ich irgendwann mal nur entschlossen habe mit mir nicht mit mir so nicht und ich habe niemals gewusst dass es die Türen zu aller Liebe verschließt weil wenn du die Türe verschließt geliebt zu werden unterstützt zu werden in deiner besten Version gesehen zu werden dann sind diese Türen zu und jetzt komme ich zurück zum Anfang und dann kann auch ein Coach und ein Mentor wenn du es nicht zulast dass dein Coach dein Mentor dich in deiner höchsten besten tollsten Form sieht und mit dir daran arbeitet genau solche Türen solche Stempel die du verteilt hast aufzudecken wegzunehmen in in allergrößter Liebe für dich den Raum hält und du sagst ich bin eine die wird nicht unterstützt ich bin eine ich lasse mir nichts sagen ich lasse mir nicht sagen dass ich nicht gut genug bin ich lasse mir nicht sagen dass ich Fehler gemacht habe obwohl ich als Coach nie sage du hast Fehler gemacht oder du warst falsch oder das war falsch ich erkläre immer die energetics dahinter ich sage nie du hast es falsch gemacht ich sage immer nur die Wirkung aber häufig wird es eben so aufgefasst als würde ich kritisieren weil dieses Programm da drin ist ich werde kritisiert ich bin nicht gut genug ich werde nicht in meiner höchsten Version gesehen nicht mal von meinem Coach und nicht mal von meinem Mentor und dann machst du zu und dann bist du nicht coachable dann bist du nicht mentor bar dann bist du nicht lieb bar dann bist du nicht unterstützt bar dann bist du nicht geholfen bar weil du diesen Stempel den du auf einen auf verschiedenen Menschen verteilt hast weil du diesen Stempel immer verteilst und selbst wenn du einen Coach bezahlst ein Coaching ein Mentoring und da nicht offenen Herzens davon ausgehen kannst dass diese Person das Beste in dir sieht und für dich die Vision trägt und dich dorthin begleiten und führen möchte wo all deine Wünsche sind dann kannst du so viel Geld ausgeben wie du möchtest für Coaching und Mentoring da kannst du dir Kurse kaufen ohne ohne Ende wenn du nicht bereit bist diese Frau zu sein die geliebt wird die geführt wird die getragen wird die unterstützt wird wenn du da nicht bereit bist das sehen zu können auch wenn es manchmal vielleicht so klingen mag wie Kritik oder bei dir ankommt wie ich bin nicht gut genug und du in dir selber nicht diese Wahrheit und diese Klarheit über dein Selbst und über wie das Leben durch dich selbst und aus dir heraus entsteht weil das ist der Kern das brauchst du sonst kann dich begleiten weil du willst ja nicht begleitet werden so wie die Geschichte von dieser Bekannten die wollte nicht mehr von ihrem Mann begleitet werden weil er war böse und so passiert es manchmal in Coachings und in Mentorings dass solche Stempel auf den Coach auf den Mentor gelegt werden und sagen du warst böse ja bam 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 Manu und so ist es bei mir ab und zu auch passiert wenn Leute nicht bezahlt haben und ich gesagt habe hey früher als ich noch Ratenzahlungen gemacht habe weil ich eben den Menschen das ermöglichen wollte tatsächlich diese diese wertvollen Teachings zu bekommen und umzusetzen wenn dann die Ratenzahlung nicht kommt und ich sage hey wieso zahlst du deine Rate nicht wieso zahlst du nicht pünktlich dann bin ich böse dann bin ich der böse Coach der böse Mentor weil ich sage hey du müsstest eigentlich bezahlen du hast hier vorkonsumiert aber jetzt hast du aus irgendeinem Grund meinst du du musst deine Raten nicht bezahlen dann nehme ich die Aufzeichnungen dann nehme ich dich aus den Gruppen raus weil du deinen Teil der Abmachung nicht machst dann bin ich böse aber ich war schon vorher böse ja und das liegt aber nicht an mir dass ich böse bin sondern es liegt daran dass diese Person ein Coaching gebucht hat und nicht bereit war diese innere Transformation Mach nicht in diesen Empfangsmodus der Unterstützung der Hilfe der Liebe anzunehmen gehen konnte weil sie genau diese Hürden diese diese Stempel nicht wegnehmen wollte weder von irgendwelchen anderen Menschen die sie bestempelt hat oder auch das Leben das Leben ist ja so böse weil es gibt ja nicht genug Geld und es hat das und das getan wenn diese Kerntransformation nicht stattfinden kann es ist egal wen du als Mentor oder als Coach oder welches Coaching welchen Kurs du buchst du wirst keinen Erfolg haben und es tut mir so so leid und ich kann nur das erklären und ich kann auch sagen dass es wahnsinnig schwierig ist und dass ich selber so gekämpft habe Liebe anzunehmen Unterstützung anzunehmen Coaching Mentoring anzunehmen und einige von den Kursen Coachings die ich gebucht habe wirklich für einen Arsch waren weil ich diejenige war die nicht annehmen konnte dass selbst wenn ich einen Coach und einen Mentor bezahle und buche der für mich ist du willst nur mein Geld du bist nicht gut genug habe ich dem Coach alles übergeworfen am Anfang meiner Karriere du kannst es nicht du weißt nicht was du tust du bist ein Scam du bist ein Blender und das ist übrigens die Tatsache vor der ganz ganz viele Angst haben warum sie auch nicht raus gehen mit all diesen Gaben und all dieser Unterstützung die sie haben weil sie genau vor dieser Reflexion Angst haben dass da draußen jemand sein könnte der sagen könnte du wirst nur mein Geld du kannst mir nicht helfen du bist böse du bist ein Scam aber das liegt an dem was ich vorher gesagt habe und das muss ich egal wer ich sein will ob ich Coach sein will ob ich Mentor sein will ob ich Ehefrau sein will ob Partnerin sein will ob ich Mama sein will wer auch immer ich in diesem Leben sein will wenn ich dieses Selbst Konzept über mich selber nicht stabil on point habe dass ich einfach stur banal davon ausgehe dass das Leben für mich ist das was in diesem Raum ist in meinem Lebensraum für mich arbeitet danke Andrea das freut mich für mich arbeitet und das beste für mich will weil ich kann genauso entscheiden alles will das schlechteste für mich alle wollen mich ausnehmen alle wollen nur meine Kohle die Männer wollen nur Sex bla 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 das muss ich durchschauen und das muss ich so lange durchschauen und immer wieder durchschauen und mich immer wieder reflektieren und zu sehen welche Haltung welche Attitude ich dem Leben entgegen bringe ich den Menschen in meinem Leben entgegen bringe ich meinen Träumen entgegen bringe das ist so so match entscheidend